So, wieder da mit auf Geekong Country. In dem Schnee-Level. So, ich hoffe mal, die Legs sind jetzt weg. Wow, wow. Nein, das war voll daneben. Das Level ist wohl schwer. Ich weiß hier, irgendwo gibt es ein Secret, wo man ganz schnell zum Ende kommt. Aber um den zu finden, ich glaube, das dauert genauso lange, wie das Level durchzuspielen. Einfach nur konzentrieren. Dann müsste das klappen. So. Oh, scheiße. Was blöde ist, ich habe nur noch einen. Komm. Wow. 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 Das war nicht geplant, aber ist gut gegangen. Nein. Jawohl. Och, nein, das gibt es nicht. Ich muss schräg nach oben. Und alles wieder von vorne, ey. Oh, Leute. Da war doch schon der Pfeil zum Ziel. Ah, ich bin. So. Ah, ich bin. Oh, ich bin. So. 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 Noch nicht. Jetzt. Jetzt. Noch nicht. Jetzt. So. Ja, geschafft mit zwei Kongs. Boah. Warte mal. Jetzt. 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 Okay. So und so. Hier kann ich schräg rüber. So. Ey. Toll. Gerade ging das klar. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Wo war ich jetzt von ihr, ne? Boah. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Jawohl, wir haben's geschafft. Geht doch. Puh. Ach, das freut mich jetzt dabei. So, jetzt sind wir im, 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 im Eistunnel oder Eishöhle. Mit ganz viel Eis. Und Eisstapfeln und Eistapfeln. Und die fördern uns und manche nach oben. Ah, die Dinge wieder. Ja. Und das K. Nehmen wir mal mit. Boah. Die befallen uns da unten. Pff, wow. Hoch können wir nicht mehr. Glaube ich. Ja, nur mit ganz viel Skill. Wow, wow, wow. Aber egal. Na, jetzt ist auch noch. Das war ja Oberfail. Egal. So. Komm her. Wow. Nein. So. 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 Und so. Und links. Und rechts. Und links. Und rechts. Und links. Ey. Ach. Ich dachte da. Ja. Nichts. Egal. Und nochmal von vorn. Und hier gibt's schon wieder direkt Didi. Und hier gibt's schon wieder direkt Didi. So. Das K ist jetzt egal. Bis mal. Links. Ah. Genau. Gut. Hier. Gürteltierchen. So. Jetzt kann ich hier weiterspringen. So. Passt doch. Und auch zum... 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 Checkpoint. Äh, da komm ich hoch. Und zwar so. Och, ich hab drei... Haifische. Jetzt kann ich... oh, ganz viele einsammeln. ... 90 Sekunden lang und pro 100 krieg ich dann ein Leben... Einen ab! Ach, komm! Ich glaube, man kann sogar eben auch noch durch oder so... Ist auch egal... Leben brauchen wir eigentlich nicht so dringend... ... 2 Leben... ... 2 Leben... Ja, nichts Besonderes hier, einfach nur rumschwimmen... ... und das war's! So, weiter geht's! Wow! Hey, Mann! Lass mich doch nicht im Stich und lag wieder! Wow! Ach! Gut, 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 gut! Geht doch! Alles wieder normal! Nur wegen dem blöden... Oh, oh, Bonus-Teil da! So, ah! Ich kann's vergessen! So, kommt da noch was! So, so, so! Und so! Ah, das geht ja runter! Ah, da geht ja runter! Oh, oioioioioi! Ja, diesmal könnt ihr mir nix... ... an- Ach, Mann, bin ich schlecht, ey, in diesem Part. Das ist doch nicht. Jetzt schaffe ich mal pro Part eine Welt und jetzt nicht mal zwei Level. Oh Gott. Oh Gott. Dich rolle ich erstmal tot. Oh, nein. Da war ich zu schnell. Zu schnell für die Seile, die eigentlich zu schnell sind. Ja, ganz komisch. Jetzt nehme ich ihn hier. Ja, und jetzt war ich zu langsam. Die wollen doch nichts kapieren. Kein Ding. Oh. Oh, oh, oh. Ah, jetzt kommt das hier. Die beförmig ich mich nach unten. Ich muss mal... Oh, 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 oh. Nein. Ey. Ey, was ist los? Bin ich da hoch? Na, komm. Ja, geht doch. Oh, das ist noch schwerer. Ja, eigentlich nicht, aber egal. Gut. Das wär's dann mit dem Level. Auch von Donkey geschafft. Und das nächste. Mit Lianen. Ach, der Schnee hört auf diesmal. Das ist schön. Bam. Bam, bam. Ach, ne, ich hab keine... Ach, verleid. Das schneide ich eben raus. Das Bonus-Level. Bis gleich. Ja, ich hab vier Leben geschafft. Und da bin ich auch schon wieder. Ja, das wird einfach zu lange gedauern. Deswegen hab ich... Wow. Wow. Ja, deswegen hab ich das rausgeschnitten. Ach, du blöder Fulderway, Mann. Oh, du bist tot. Haha. Was ist los? Oh. Ja, gut. Das war's dann. Weiter geht's im nächsten Part, Leute. Tschüss.